Musik Ich koch dir einen blauen Bus hier Linke Seite, koch ich dir was Wow wie weit wir müssen Na ja Geil oder? Richtig gut Laber nicht Schweine labern auch nicht Schweine labern auch nicht Hahaha So man Das ist einfach die true story man Alex Auto über das Ding Über die Brücke Ist zu schnell Du kannst Oh die überfahren mich gleich an Ja Tschüss Boah das Tier hat mich fast überfahren Alter So wo ist jetzt der ausgenockte hier Ah Gewesen Der war da unten irgendwo Ah ich glaube ich habe ihn Rizing Silence Hä Boah Ich habe echt nicht viel Money Oh Hinterher Fahr 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 Oh mein Gott die random guys Alter Direkt vor mir Die sehen dich nicht Die raffen sich Die pushen einfach Oh 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 Nice Hahaha Hahaha Wie du sie erst mit der K Machen wolltest Ich wollte es schön machen Hahaha Dann habe ich sogar noch 5 Mal vorbei geschossen Ich habe kein Waffel in der Hand Hu Ich habe keinen Waffel in der Hand Links rum, bei mir glaube ich. Links rum. Mein Gott, muss ich dich schon wiederholen? Was ist denn mit dir los schon wieder? Alles safe, danke. Oh Gott, der hat ne Dropwaffe. Ich hoffe, die haben Mets, Alter. Boah, ich dachte, das ist jetzt der Move, so weit auszuspringen. Aber die waren irgendwie voll auf mich dabei. Ist keine Weste für dich, dann lass da hingehen, komm. Ich hab doch halt geschaut. Achso, okay. Da ist schon eine. Nicht da, da hab ich nicht geschaut. Da sind sie! Bei mir, bei mir, bei mir! Mach deine Hilfe! Er lockt mich, er springt in dich rein. Ich versteh das, gell? Er schießt nach links auf dich und trifft mich. Ich hol dich schon das dritte Mal, Alter. Die Bitch für alle. Ich hol dich das dritte Mal jetzt, gell? Du bist tot eigentlich schon. Kannst schon auslocken. Die haben Mets, Alter. Kannst eigentlich schon auslocken, ist schon vorbei für dich. Der hat noch ein Comp. Ich muss mich jetzt schon mal heilen. Und einmal nicht dabei bestören, oder so. Boah, Alter, ich bin voll Hackfleisch gerade. Ey, der springt zu dir. Ich hab erst gedacht, ich hab dich gekillt, gell? Der ist links an mir vorbei. Und ich bin down. Da ist ne Leiche, da ist ne Leiche. Ich glaub, es ist nur noch einer. Das ist ne frische Leiche. Da! Ah, ich seh ihn auch. Ja, ich seh ihn schon. Oh, der ist doch nur noch. Lass ihn, lass ihn, lass ihn leben! Nö. Ich hab nicht Sexkills damit gemacht. Zählst du mit, oder was? Du bist doch krank. Ne, du hast mich dreimal gsaved und da dreimal ... Dann komm das abhauen, lass den Typen da, der kämpft eh bloß. Da, er ist in der Zone, er ist in der Zone, er ist in der Zone. Er kommt grad rein, er ist auf der Straße. Ja, hab ich dir gelassen. Komm, lass es vermissen. Der Dustin feiert dich übrigens. Ich weiß. Ich komm damit klar. Am geilsten war der Nocturk da, wo jetzt du warst, ey. Wie der zu dir springt, auf dich schießt und ich bin plötzlich down. Ich hab gedacht, ich hab dich abgeknallt. Ganz ehrlich. Das war irgendwie Hipfire Spread bei ihm. Ich hab in der Luft geschossen. Ich war neben ihm und seine Kugel ist so weit nach links, dass es in dein Kopf ist, Alter. Lass dich hier rüber gehen, oder? Sag doch mal was an! Keine Runde. Ja, einfach rechts rüber. Achso. Oh, da vorne. Willst du rüber gleich, oder? Ja, rechts von uns. Sind grad auf Tatmog angekommen. Ja, ja, ja. Ich zieh jetzt durch. Wird schon schief gehen. Tatmog? Ach, das hier ist Tatmog. Jetzt raff ich's. Das heißt... Hier, die sind irgendwo vor uns jetzt, hier. Lass hart campen. Ich will jetzt safe spielen. Ich will jetzt hier nichts riskieren, Mann. Aber wir wissen, wo die sind, Alter. Sollten pushen. Hier, irgendwo vor uns müssen die sein. Ich glaub, die sind Hallen oben, oder? Kann sein, ne? Mann, hier ist so verglitscht. Ich schweb grad einfach nur. Ja, ich glaub... Ich glaub, Halle hab ich. Ja, Hallen, 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 Hallen. Rechts oder links? Äh, rechter... Rechte Segment. Kriegt nicht mehr. Hat Angst vorm K, Alter. Einer. Schön. Warte, warte, warte. Ah, die war scheiße. Da ist ein Container dahinter. Der wird wahrscheinlich schon gehoben. Nein, der steht! Kleine Runde, Mann. Let's go. Der ist auch in der Dreierwäste. Kreis ist auch bei uns. Ich muss mich... Ja, ja, ich muss rein. Kreis ist auch bei uns. Schauen wir, was ich für Energie hab. Jetzt hab ich so viel... Akar-Money dabei, seh ich grad. Braut man doch gar nicht, den Müll. Ja, erstmal, oder? Willst du ja gleich hier wegzirkulieren? Ja, egal. Da oben auf dem Hill. Ja, ich sehn. Bleibt nicht stehen. Die kriegen, die kriegen, die kriegen. Ich hätt schon Bock hier runter. Lass, lass. Lass hier runter, lass hier runter. Ich dachte schon, der hat es überlebt. Da, auf der gleichen Position. Gleiche Position. Da läuft einer hoch. Ja, ja, das ist ein Duo. Lass erstmal irgendwo hin, wo Deckung ist. Sorry, sorry. Er stand kurz still. Egal. Schön. Schön. Stein auf 2,40. Oh, fuck. Keine Ahnung, wo das her kam. Von 3,5 auch noch. Die schießen auf das Team. Lass doch hinzirkeln zu den Typen. Oh, das ist voll offen, Alter. Do it. Chill mal ein bisschen. Mach, mach, mach! Ja, ich bin doch hinter dir, Alter. Ich bin doch tot. André, du musst... Oh, André, du musst... Vor mir, an der Palme. Vor mir an der Palme. Vor mir an der Palme. Er hat übelst gefressen. Noch. Einer noch auf 2,10. Auf 2,10 war er. Einer noch. Ja. Ich seh ihn erst. Ja, ich muss heilen. Ich muss heilen. Ich muss heilen. Yes! Yes! Kann ich wieder ausmachen. Es war cool. War schön mit dir. Bin auch mal weg. 11 Scheiß-Kills, Mann. Die war echt dreimal. Ich hab dich dreimal geholt. Wir holen's Chicken, Alter.